Versuchspersonen gesucht Wegtreten Sie werden Druck ausüben, untertragen müssen Bist du eine Schwuchtel 82? Nein, Herr Strafvollzugsbeamter Unterschätzen Sie das nicht Phase 3, Gefangene gegen Gefangene Du putschst es hier absichtlich auf, oder? Schick mich am Arsch, du Wichser Einige von Ihnen werden zwei Wochen auf wesentliche Grundrechte verzichten Ich hoffe, hier hat niemand ein Problem mit engen Räumen Herr Strafvollzugsbeamter Na, dann ist ja gut Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle Ja, hat sich schon mal jemand gesagt, dass du stinkst, Mann? Wer in irgendeiner Form Gewalt anwendet, für den ist der Versuch sofort beendet Ja, komm, schlag zu, Mädchen Schlag zu, du bist raus Reich, ist das klar? Ja, Herr Strafvollzugsbeamter Gut, dann lassen Sie uns anfangen Das Experiment Ja, ich bin gut dran, aber du bist sehr wichtig. zeigt, wir scrollen mal Worum letzter Saal Lisa Ja, bajo